ja hallo meine lieben aufgrund der im januar und februar standen für den zwischenprüfungen haben mich einige auszubildende noch mal gefragt können sie noch mal kurz was machen in kurzform zum eindecken eines tisches ja hier solltet ihr euch jetzt am besten diese seite mit scrgdruck und scrgv kopieren das ganze in ein wörtdokument einfügen und dann habt ihr einmal eine liste und könnt üben ob ihr die arbeitsschritte zum eindecken eines tisches fachgerecht und auch logisch sortieren könnt auch hier gibt es keine gesetze es gibt eine logische abfolge versucht das einfach mal selber heraus zu bekommen ich habe ja schon gesagt es gibt keine gesetze es gibt meistens logische ansätze ein problem zu lösen wichtig ist immer dass das ergebnis verkaufsfähig ist und dass wir dem gast ein luxus ergebnis schenken das heißt also alles muss picobello poliert sein tisch decken müssen super drauf liegen keine falten drin am besten fall noch mal nach bügeln gläser müssen richtig sauber sein ja und wie machen wir das natürlich nummer eins vor dem servieren kommt das polieren ja auch hier gibt es verschiedene auffassungen einige polieren mit essigwasser einige waschen noch mal durch alles das ist gar nicht nötig wenn die bestecke sauber aus der maschine kommen dann macht man eine handtuch ecke feucht mit der feuchten ecke poliert man die bestecke poliert sie mal trocken nach und dann sollten sie eigentlich sauber sein achtet bitte auf die besteckordnung ich mache das immer so dass ich von rechts nach links arbeite in deutschland und da habe ich ganz rechts mein haupt noch besteck liegen dann kommt das zwischengericht dann kommt die suppe dann kommt die vorspeise und zum schluss das dessert das ist eigentlich ganz logisch weil wir immer von innen nach außen decken und von außen nach innen essen bei den gläsern müsst ihr ein bisschen aufpassen stellt die gläser bitte immer aufs tablett und zwar auf den fuß des glases nicht oben auf die rundung dann ist der schwerpunkt falsch und die kippen euch um die gläser nehmen dann am besten heißes wasser oder wasserdampf ist am besten geeignet um die gläser zu polieren auch wichtig ihr müsst hier trockene tücher haben am besten aus leinen baumwolle könnte flusen und rückstände in gläser hinterlassen wenn ihr es gemacht habt alle poliarbeiten vorbereitet habt dann schaut euch eure tische anrichtet eure tische genau gleichmäßig aus dabei kann euch helfen zum beispiel hilfslinien auf dem fußboden achtet darauf dass die tische senkrecht und waagerecht gleichmäßig stehen und dass der abstand zwischen den tischen gleich ist wenn jeder gast möchte auch den gleichen platz haben wenn er sich hinsetzt das anstellen und ausrichten der stühle ja hier ist natürlich klar wir müssen gucken dass unsere stuhlmitte auch gleich der tischmitte ist denn vor der tischmitte und stuhlmitte steht nachher auch die servietemitte alles das ergibt sich aus der logik heraus und wir drehen die stühle immer ab und zwar immer auf dem rechten stuhlbein nach links oder auf dem linken stuhlbein nach rechts damit wir immer genau die lauffläche haben die genauso breit ist wie unsere sitzfläche des stuhls dann kommt man da ganz gut durch wenn ihr über multungs verfügt zieht bitte die multungs auf hier war ein kleiner trick immer von hinten nach vorne arbeiten klemmt mit euren oberschenkeln die multungs quasi an der euch zugewandten tischseite fest und arbeitet nach vorne weg mittelbruch ober und unterbruch kennt ihr schon achtet darauf wie groß eure tische sind sind eure tische 80 zentimeter breit dann liegt der bruch natürlich auf 40 zentimeter sind sie ein meter breit dann liegt es auf 50 zentimeter auch das ist eigentlich logisch das dekorieren der festtafel wäre der siebte schritt hier solltet ihr darauf achten die blume ist immer der mittelpunkt eines tisches die kerze steht immer am weitesten vom restaurant von entfernt und das salz steht immer zum geridon gewandt beim eindecken einer festtafel ist es wichtig ob ihr mit oder ohne platzteller arbeitet achtet darauf wenn ihr ohne platzteller arbeitet dass ihr zumindest so weit den abstand im kuvert habt dass der teller des hauptgangs genau dazwischen passt ohne dass der gast sich die finger verbrennen kann ich habe hier mal so einige beispiele dazu gepackt vielleicht könnt ihr es erkennen bei uns in unserer brücke ist der abstand ca 26 bis 26,5 zentimeter wichtig ist dann das eindecken der gläser hier müsst ihr darauf achten das glas mit dem getränk zum hauptgang nennen wir sogenannte richtglas das richtglas steht wie auf dem bilder sieht genau über der messerspitze das nächste glas steht rechts versetzt etwas nach unten zum gast und am besten richtet ihr die gläser immer mit einem lineal aus oder auch mit einem zollstock damit die gläser genau diagonal gegenüberstehen wenn ihr alles eingickt habt dann dreht ihr die stühle wieder an den tisch heran achtet darauf dass die stühle die tischdecken aus hygienischen gründen möglichst nicht berühren sollten ist so eine kleinigkeit kann man darauf achten so hier seht ihr einmal ein einfaches menü eigentlich mit suppe hauptgang dessert mit einer dschunke mit zwei weingläsern also gar nichts schwieriges das ist eigentlich das übliche tagesgeschäft aber auch hier seht ihr die richtgläser stehen genau über dem messer ihr seht das leichte verschobene glas für den wasser für das wasser oder für den weißwein nach unten auch das eigentlich eine einfache geschichte so hier war schon ein etwas hochwertiges menü hier gibt es eine vorspeise vielleicht einen schönen lachs mit kartoffel plätzchen eine rinderkraft brühe deswegen die kleinen suppen löffel nehmen ihr wisst ja kleiner suppenlöffel ungebundene suppen großer suppenlöffel gebundene suppen ein hauptgang gibt es noch ein dessert hier haben wir dann auch drei gläser zur vorspeise ein weißwein zum hauptgang vielleicht ein rotwein jetzt kann man natürlich zur königsklasse zum festmenü hier war fünf gänge mit kalte vorspeise mit toast eine klare suppe ein fischiges zwischengericht ein hauptgang und ein käse desser achtet beim käse desser darauf das messer liegt immer unten denn sonst könnte sich der gast ja schneiden oder auch der kellner wenn er die bestecke runter zieht so das war alles in kurzer knapper form ich wünsche euch jetzt viel spaß beim vorbereiten für zwischenprüfung tschüss auf bald euer markus ist ja